Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspielfreunde zu Bidos G2 Shadows of Amn. So, das erste was wir erledigen werden ist die Kleriker Quest. Da habe ich mich nochmal schlau gelesen. Wir können nur die Kleriker Quest von Latanda annehmen, weil wir ein guter Kleriker sind. Wenn wir ein neutraler Kleriker wären müssten, könnten wir die von Helm annehmen. Und als böse Kleriker die von Talos. Ja, das habe ich leider nicht im Vorfeld gewusst. Aber ich habe die Kleriker Quest noch nie gemacht, weil ich noch nie ein Kleriker war. Ehrlich gesagt. Also ich habe noch nie Reihen Kleriker gespielt und das ist meine erste... Das ist ja meine erste... Mehrklassige. Das ist ja meine erste mehrklassige... Geschichte. Also zurück zum Tempelbezirk. So, da sind wir sogar fast schon richtig. Das ist der Helm-Tempel und das hier ist der Latanda-Tempel. Das heißt, wir geben uns eine Quest hier ab und nehmen da gleich mal... Die Dienst... Äh... Ja. Welche von euch beiden war das jetzt? Ihr seid zurück. Ich hoffe, ihr bringt gute Neuigkeiten. Ja, die Bessie ist tot. Kann man seinen Behauptungen Glauben schenken? Ja, nutzt eurem Lohn. Da ihr das Überragendes geleistet habt, ihr werdet das größte Geschenk gehalten, das wir verleihen können. Eines mehr ist mehr zählt als Gold oder Geld. Ich erwarte keine Belohnung, ich dachte nur, was getan werden musste. Fein darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich brauche Gold, um meine Freundin immer hinzuhören. Ich habe getan, was getan werden musste. Darin liegt Treue. Euer Glaube ist geradlinig wie unsere, obwohl es ihm ein wenig an Richtung mangelt. Ihr habt hier eine Zuflucht mit einem eigenen Zimmer, das euch als Heim dienen soll. Dies ist ein großes Geschenk. Es war mir eine Ehre, helfen zu können. Doch wisset, dass es auch Pflichten für euch gibt. Strebt immer danach zu helfen, neue Hoffnungen und Gedanken zu schöpfen und allen Menschen und ihren Verbündeten zum Gedeihen zu verhelfen. Vervollkommnet euch selbst und waffnet euch gegenüber Heblichkeit, da es eine geheiligte Aufgabe ist, Wachstum und Erneuerung zu fördern. Seid furchtbar im Geist und im Körper. Bedenkt schließlich die Konsequenzen eures Handels, sodass der kleinste Einsatz zum größten Erfolg führen kann. Wohin immer ihr auch geht, seht die Saat der Pflanzen, behüte die wachsenden Dinge, die ihr findet und bietet Hoffnung neue Gedanken und Pläne für eine bessere Zukunft in die Köpfe aller. Wenn immer möglich, betrachtet den Sonnenaufgang. Seid im Hause der Tatsache willkommen, Talisa. Sucht die Akolythin Laha hier im Tempel auf, sie wird euch eure Pflichten erklären. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Natürlich meine Schwester, wenn ich die Antwort weiß, werde ich sie euch zukommen lassen. Was wisst ihr über die Schattenliebe? Talos Gläubiger verbünden sich nicht mit Briganten, aber es freut uns, dass die Schattenliebe in einen Krieg mit einer anderen Organisation in der Stadt verwickelt sind. Aber es ist dumm, dass wir über diese andere Organisation nichts wissen. Sie sind ein Mysterium, obwohl sie sich offenbar sogar mit den Schattendieben angelegt haben. Wenn er am Glück hat, werden sich diese beiden Organisationen gegenseitig zerstören und wir haben hier endlich Frieden. Ich suche eine Freunde, damit das Emoid. Nichts, was ihr nicht schon über sie wisst, fürchte ich. Der Stadtrat verbietet hier die Magie und dennoch streifen die Magie hier frei umher und tun, was sie wollen. Welche Pläne sie auch immer haben mögen. Ja, sie arbeiten offiziell für den Stadtrat. Gut, das heißt, wir machen ein Quick Save. Und ja, wir haben unseren Ruf um eins wieder verbessert. Das heißt, wir kriegen wieder mehr Prozente. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde auch ein Fest im Glauben. Ja, und da ist Akkulitin Lara. Seid gegrüßt, ich bin Lara, euer Tutor. Nicht, dass ihr Unterricht nötig hättet, aber möglicherweise seid ihr mit den Pflichten, die ihr auf euch fahrt, noch nicht vertraut. Zum Ausgleich der zahlreichen Vorzüge, die ihr als Ausgleich der Natanz genießt, habt ihr hier einige Aufgaben zu erfüllen. Sie sind niederer Natur, aber deswegen nicht unwichtig. Es ist an euch eure Weisheit, den Verwundeten und Notleidenden zuteil werden zu lassen. Jenen also, die an einer Verirrung des Herzen leihen. Führt sie zum Licht und zum Ruhm des Morgenfürsten. Ich bin nur ein einfacher Diener, was hätte ich schon anzubieten? Wie lange wird mein Dienst dauern? Es wird mir eine Freude sein zu dienen. Das wird es. Wir haben alle es in der Vergangenheit schon getan und werden es wieder tun. Es ist eine Ehre gefragt zu werden. Wir wollen euch langsam an die Arbeit heranführen. Ich werde jemanden zurückschicken, der den Rat der Tandos benötigt und dann eure Arbeit bewerten. Ich werde zu gegebener Zeit zurückkehren. Seid ihr mein Berater, mit dem ich sprechen soll? Das ist Clinton. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier tun soll und ich suche in der Regel nämlich nicht den Beistand der Kirche. Ich habe immer eine Nähe zur Möglichkeit der Tandos in mir gespürt, aber heute bin ich unsicher, was zu tun ist. Bitte sagt jetzt noch nichts. Hört mir einfach zu. Meine Frau und ich, wir haben uns immer gut verstanden, aber zuletzt nahmen meine Geschäfte viel Zeit in Anspruch. Das war schwierig und ich wusste, dass sie unglücklich war, aber ich? Ich fand meine Frau in den Arm eines anderen. Sie hat mir Hörner aufgesetzt und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Sie war mein Licht in der Dunkelheit. Jetzt irre ich sie nur so umher. Was soll ich tun? Bitte, werte Dame, was soll ich tun? Wow, wir haben jetzt dieselbe, dasselbe Problem wie damals bei Keldon. Und, ja. Was können wir vorschlagen? Die Antwort liegt auf der Hand. Eure Ehre wurde in den Schmutz gezogen. Tötet beide für dieses Unrecht. Nein, wir sind keine Tandospriester. Oder Tempuspriester. Tempus Barbaren. Irgendwas. Sie wird erkennen, wo es sich hingehört, da bin ich sicher. Macht daraus keine Krise. Die Heiligkeit eures Ehegelübdes ist die oberste Pflicht. Daran muss man sie erinnern. Das ist auch zu drastisch. Wir sind nicht die katholische Inquisition. Vergebt ihr und lasst sie gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Es könnte das Beste sein. Ja, das klingt am besten. Das Beste eigentlich von allem. Lasst sie gehen. Wenn ihr sie liebt, lasst sie gehen. Vielleicht, vielleicht ist das wirklich das Beste. Sie wäre glücklich, für welche Seite sie sich auch immer entscheiden wird. Seid bedankt, werdet ihr damit. Das war eine schwer zu erlangende Kenntnis. Eure Weisheit hat euch geholfen. Ich bin der Kirche dankbar. Wir folgen dem Paz, der mit Gewissheit zum Ruhm führt. Ich kann euch sagen, dass Bo stolz ist, Kheer zu sein. Ja. Äh. Das ist... Das ist kein... Das ist kein solcher Wirbelwertwitz. Ein einfacher und spektakulärer Akt der Nächstenliebe. Und mit Recht, wir sind das Maß der Rechtschaffenheit. Ich hatte das Erste genommen. Da sagt es lauter. Wir müssen die Angst des Bösen entfachen. Laue Geschichten über Hamster sind derisch. Aber ein Mann und sein Hamster die Gliedmasten auseinanderreißen. Ha, das ist erschreckend. Ach, zum Teufel auf geht's, Minster. So, Sultane werden in die Ohren des Bösen klingen. Nun sprecht ihr die Sprache vom Minster. Seht, jetzt braucht ihr einen Hamster oder vielleicht ein Eiswiesel. Was auch immer ihr haben wollt. Ja, wenn es das ist, was ihr folgt, nur... Äh, gebt mir einen Polarfuchs. So, Pflichten eines Klerikers ist die neue Quest. Gucken wir erst mal nach erledigten Quest. Ich habe die Aufgaben für den Teufel erfüllt, indem ich den Ursprung des Kultes des blicklosen Auges entdeckte. Der Kult wurde von einem augenlosen Betrachter angeführt. Obwohl das Wesen nicht mehr über seine Augen verfügte, war es dennoch unglaublich mächtig. Und mir ist es nur mit sehr viel Glück gelungen, es zu zerstören. Mit der Zerstörung des Betrachters hat sich der Kult praktisch aufgelöst. Als Gegenleistung für die Ehre meiner Position muss ich mir die Fragen der Gläubigen anhören und sie gemäß der Richtlinie bei der Kirche beraten. Ich muss mir sonst darauf achten, ihre Probleme so zu lösen, wie mein Glaube es gebietet. Ich habe Glinten geraten, dass er seiner Frau von ihrem Ehegenögnis empfinden soll, wenn sie lieber bei einem anderen Mann wäre. Ich glaube, diese Lösung ist für beide am besten. So, ich habe auf jeden Fall mich nur darüber schlau gemacht, dass ich regelmäßig hier in den Tempel zurückkehren sollte, alle paar Tage. Weil dann das Ergebnis des jeweiligen Bittstellers herauskommt und ich einen neuen Bittsteller kriege. Ich weiß nicht, was die von mir wollen und ich weiß noch nicht, wie ich darauf reagieren muss. Ich reagiere da einfach intuitiv dann drauf. Also so wie Talisa darauf reagieren würde. So, jetzt aber... Jetzt aber erst mal ins Hafenviertel zurück oder... Ne, machen wir erst mal das Brückenviertel. Sind eigentlich noch alle mit ihrer richtigen Waffe ausgerüstet? Ja. Den haben wir auch leer gemacht, oder? Ja, der ist leer. Gut. Es sieht bei allen alles wieder einigermaßen ordentlich aus. So. Äh, das muss alles identifiziert werden. Hier haben wir noch Sachen zum Identifizieren. Gürtel der Zähigkeit. Er hält einmal täglich für acht Stunden Konstitution 18. Ah. Sie könnte den gebrauchen. oder Minsk. Ganz ehrlich, Minsk für den Fall, dass wir mehr Dresche einstecken müssen. Dann gucken wir uns mal das Schild auf jeden Fall an. Gnadenretter plus drei. minus vier Rüstungsklosser. Da ist aber, glaube ich, das Ding auch immer noch besser. Ja. Nur das nicht. Wobei, die Sachen, die Boni eigentlich besser sind. Äh, ne, 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 ne. Oh, eine Scharfschützenarmbrust. Die DW minus fünf. Das ist eine der geilsten Armbrüste überhaupt. Wenn ich wirklich mal ein Insplay mit dem Baden machen sollte, dann ist das hier unsere Waffe. Und das hier sind, glaube ich, Schilde plus eins oder so. Ah, die können wir nicht identifizieren gerade. Auch gut. Auf jeden Fall bei Kälter und dann irgendwann mal Stäbe verkaufen. Wir haben ja sogar noch einen Todeswolkenstab hier sehe ich gerade. So, jetzt aber die Brücke. So, hier haben wir viel uns anzugucken. Und ja, wir müssen nachher eh den Strand in Ordnung zurück, weil wir ja wegen den Paladinen noch was sagen wollen. Gehen Belsorora. Korgan und das Buch von Kassa, das ist der Friedhof. Den machen wir als allerletztes. Die gefallenen Paladine, das ist das, was wir jetzt in Angriff nehmen. Jagd auf Valiga Kotala, das hatten wir ja schon. das Treffen mit Tolgaris, dem Verhöhten Magier, das gehört auch zu Valiga Kotala. Tierische Probleme in Handelstreff, das Treffen mit Valensherrin, das ist Hauptquest, so wie Gain Belsorora. Jagd auf Valiga Kotala ist immer noch dieselbe Quest. Das wollen wir im Hafenviertel noch machen, Renald Blutscalp. Ja, Kangaks Körper, das ist glaube ich das, was wir als allerletztes machen werden. Ja, den Heuter vom Brückenviertel, über den können wir uns auf jeden Fall mal hier schlau machen. Und die Herr Dannis Sache. Ja. Keine große Herausforderung. Ihr seid es schon wieder. Ah, ihr seid es. Ihr habt wohl kaum etwas über die Mörder, die Mörder herausgefunden, oder? Nicht, dass ich euch herumschicken wollte, aber ich hätte, aber es hätte ja sein können, dass ihr was gehört habt. Ich frage mich noch etwas anderes. Ich brauche einen Gord und eine Freundschaft. Gibt es eine Belohnung für die Ergreifung dieses Mörders? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich klage nicht. Ich war zuletzt ziemlich, es war zuletzt ziemlich ruhig in der Gegend, was bedeutet, dass er nicht schon wieder zugeschlagen hat. Ich habe ihn zwar nicht gekriegt, aber wenigstens hat er auch niemanden erwischt. So. Was ist in dem Fass? Nix.